Die kleinen Sprünge in die Preislage Die gefällt mir überhaupt nicht. Die ist sehr laut. Ich bin bestimmt, darf ich es noch hören? Ja, die ist noch mal. So einen ganz leicht leeren Klang, gell? Da fehlt so... Da fehlt irgendwas mit. Die ist nicht so mitten betont, ne? Genau. Die mitten fehlen. Ja, da fehlt das leer, gell? Die ist, ich finde die ein bisschen... Die ist hochtönig. Ja, genau. Hochtönig. Bass hat sie auch, aber die mitten sind nicht so... So ein bisschen aus der Brust. Genau so, ne? So, so hört sich's an. Ah, für 1050 Euro mehr. Doch, Schnäppchen. Kann man mal machen, gell? Ja. Das ist eine 58er, das ist die Oberklasse von Hanika. Und das ist die Schülerklasse. Das ist die Schülerklasse. Das ist die Schülerklasse. Das ist wirklich schade. Da gibt's nur noch eine, die billiger ist, und das ist die 50 MC. Okay, aber auch nicht so schön gefertigt, ne? Irgendwie so... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, rein klanglich möchte ich die Fichtendecke, der Zederdecke immer vorziehen. Vorziehen, ja. Du kannst mit der Fichte spielen wie eine Zederndecke, aber niemals mit der Zederndecke wie eine Fichte. Kriegst du einfach nicht hin. Seiden hat lackiert, und das hat... Ja. Das gefällt mir auch noch besser. Das gefällt mir auch besser. Das sieht irgendwie edler aus. Das hier ist die Schülergitarre für 700 Euro. Das ist die Schülergitarre, die kleinste. 6,99 Euro. Das Gitarre ist ja handgemacht, voll massiv. Da ist nichts gesperrt, kein Sperrholz. Und du hast schon auch gleich Rüttnerbechanik. Ich meine, das muss ja alles gut bezahlen. Ja, ja, klar. Weil 700 Euro, ich weiß nicht, was deine Schülergitarre sein soll, wenn die sich besser anhört, als eine 700 Euro-Einbar-Gitarre. Das ist auch so nicht beabsichtigt. Okay. Aber du siehst einfach, wie hoch das Niveau schon ist bei einer deutschen Gitarrenbau-Manufaktur. Deine Höfner klingt ja für ihre 400 Euro schon gleich gut, ne? Und da haben wir fast das Doppelte. Den Unterschied würdest du auch hören, jetzt zur Höfner. Das können wir ja mal machen. Wir hören die und dann hören wir mal so eine... So eine MF. Also ich muss ganz ehrlich sein, vom Design her ist die am meisten. Die hat echt was. Aber die klingt halt nicht ganz so. Also hier im ganzen Raum... Das ist die schönste Gitarre, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Design kriegst du aber nur in der Oberklasse. Was kostet die? 4,79, ne? 14,79. Ja. Die ist handwerklich natürlich auch extrem gut gemacht. Ja. Ein schönes Teil, ne? Wie sieht das aus? Ja, da sieht man es an. So, jetzt hören wir nochmal rein. Achtung. Ja, geh ruhig. In eine Höfner. Jetzt nehmen wir gerade mal diese hier. Also so schön da hängt. Ja. Ja, auch so. Jonathan seine. Nur mit dieser Maser-Esche. Genau, die hast du mir mal gezeigt. Ja, hab ich dir mal gezeigt. Da hast du nämlich gesagt. Hier, guck mal. Das ist genau die gleiche Kategorie wie deine. Wie viel? Ja. Ach, 4,50? Ja. Das ist schick. Gleichbereitslage die Junis. Ja. Die ist aber nicht offen. Die ist schön. Nee, das ist geschlossen. Beschlossen. Der geregelte Arm fällt mir jetzt ja noch besser. Ich geh auf den geregelten Ahorn. Das ist dann mal so ein Tick. So. Gibt es den Ahörnchen? Das ist sehr laut. Klingt aber doch wirklich gegen der Hanika. Es geht aber. Klingt aber ja gut. Und jetzt würde ich nochmal genau jetzt den Vergleich schon mit der, ähm. Was war das? Ähm. War das die dunkle da hinten in der Ecke rechts? Ähm. Mit den, mit den korrodierten Seiten. Mit den korrodierten Seiten. Die da. Die da. Die da. Ja genau, das war die. Ja, ja, ja. Genau. Genau. Ich nehme dir die mal ab. Ja. Jetzt haben wir noch den. Einmal nochmal im direkten Vergleich. Einstellige Klasse. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen kräftiger. Ja genau. Ein bisschen kräftiger. Aber die tausend... Mach das nicht. Das ist jetzt. Nee. Ich hätte mir warf nicht. Nee, also der Klang ist jetzt auch nicht besonders schön, aber... die Differenz könntest du dir nochmal nochmal schöne Gitarre kaufen. Noch eine schöne Gitarre kaufen, ne? Ja. Ist schön gemacht, keine Frage. Aber ist nicht der Knaller. Nee, leider nicht. Preis-Leistungs-Pferd, das war die beste. Die Handicard, die 50 MF für 6,99. Das war vom Preis-Leistungs-Pferd mit Abstand die beste. So, und jetzt hören wir uns nochmal den 58, ähm. Patisander C, der... Jonathans schönste Gitarre. Ja. Ja, 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 optisch, ja, ist... Aber der Scheiß. Der ist halt schon... Das ist schon... Trotzdem die schönste Gitarre, die hier im Raum ist, auf jeden Fall. Ja. Deswegen hab ich gedacht, vielleicht gehen wir mal raus. Und da draußen sind so viele Gitarren. So schön aus. Da kannst du für ein Jahr heizen, da draußen. Nee, ich meine nur, dass da ganz viele sind. Im Gegensatz hier in dem Raum, das ich ja... Ja, das versteht. Ja. Wenn ich den Garschi verheizen wollte. Nimm mal den Bass. Einen langen Sustern. Gerade mit der dicken Seite. Ja. Ja. Wow. Das war's. Danke! Buhh-buhh-buhh-buhh! Das wird schon wie so ein Kirchengebiet, gell? Du merkst aus welchem Jahrhundert das ist, es ist nämlich auch im 17. Jahrhundert gekommen. Ja, deswegen. Und die Tarrega-Sachen sind aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, da liegen 200 Jahre dazwischen und die Stücke haben sich komplett verändert. Ja, die hört sich gut an. Wenn du zu C dann denkst. Ja, auf den. Ja gut, wie feinmaserig die auch ist, du siehst mal. Da kommt immer die Bart's tail. Ja, immer so in den Sinn würde ich dasselbe. Wenn sie jetzt dreistellig wäre, würde ich sie mitnehmen. Wenn sie zwölfseitig wäre, würde ich sie mitnehmen. Ja, aber sie kostet halt, ich meine, es ist halt eine 1600 Euro Gitarre, ne? Ja. Wenn sie jetzt 999 kosten würde und 999 Cent würde ich so weit. Vielleicht kannst du noch verhandeln, wenn du die Meitschreinigen abschraubst. Und wenn du dann die vierten 50 PC dagegen siehst, siehst du einfach die Einlagen am Schaller und am Bein, die außen, die sind halt viel schlechter. Aber das hier kostet, guck mal, das sind drei Einlagen. Ja, das habe ich auch schon erwähnt. Nämlich auch die einzige. Und dann hier am Rand auch nochmal zwei und hier nochmal zwei. Ja. Das macht halt den Preis aus. Und dann hier auch am Schallloch an der Rosette, echt toll, dann ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einlagen. Ja, das machen wir, heißt ja. Ja, das kostet. Ja, das kostet. Richtig Arbeit, ja. Hier ist ja kein Elfenbein, oder? Nein. Wieso haben die keine Dot-In-Lays? Nein, die haben sie hier. Und seit Gitarre hat die immer an der Seite. Der Zwölfte hat keinen Dot-Punkt. Der Zwölfte ist immer hier. Auch immer da, direkt am Steg. Okay, deswegen. Warte mal, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Und das ist die Ausnahme. Da war sie haben sie nur 19. Andikas haben 20 Bündel. Das heißt, damit du den letzten hier nur spielen kannst. Für die beiden Diskan-Seiten geht es schon nicht mehr. Und du hast hier oben ein Inlay. Das kostet auch Geld. Und das Flamingo-Inlay. Ja. Also, so würde ich es ja sagen. Wobei das rein zu bekommen ist natürlich auch. Du musst es ja so ausfräsen, dass das andere Holz genau einpasst. Nein, das machen die mit Maschinen. Nein, deswegen ist es so exakt. Das ist halt das Schöne. Bei diesen Gitarren von Hanika, bei Manufakturgitarren, die sind halt viel präziser, weil auch viel mit Maschinen gemacht wird. Was dem Klang der Gitarre ja gar nicht abträglich ist. Du hast erwähnt, dass das Holz Mechanik Knöpfe sind. Ja, das ist ein Holzknöpfe. Ja. Schon allein die kostet ein Stück. Wenn ich mir schaue, die kosten ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, Spanioni oder Bankewaffeln? Der Punkt ist ja... Ist hier eine Bank in der Lea? Der Punkt ist ja, man will sich ja auch weiterentwickeln. Es muss ja auch ein Ziel geben. Ich meine, ich habe ja auch nicht mit der 1600 Euro-Mitture angefangen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, natürlich nicht. Das weiß ich auch. Du bist ja... Ja. Ich bin selten doof. Ich meine, dieser Haben-Win-Faktor, den hast du natürlich nicht mehr. Klar, das ist wie mit anderem Zeug, weil... Ja, aber du hast schon recht. Wenn man eine gute Schüler-Gitarre hat, die sich gut anhört und du spielst in ein Jahr, zwei und hast gespart für die, dann aber richtig. Die da hier, was steht da drin? 50 PS. Die hatten wir schon. Ja, das ist schon. Ja, ja. Was ist denn eigentlich mit der Juan... Ja, genau. Die Juan... Ja, genau. Wo ist die? Also ich meine, können wir die mal beizaubern, damit du gegen deine mal spielen kannst? Ich weiß nicht, wie viel Film da noch drauf ist. Deswegen mach ich mal kurz einen Cut. Ganz ernst. Man sieht schon, die Spanier, die Südländer bauen anders als die Deutschen. Absolut. Ja. Auch vom Bracing und so. Ja. Auch vom Finish. Ja. Danke. Du kannst Finish? Nein, kann ich nicht. Das musste jetzt. Das ist ein bisschen stolz. Ich bin schon direkt nicht. Ach komm. Ich bin schon direkt nicht. Gib ihr eine Chance. Guck mal, die hat auch 24. 20. Schauen Hernández. Eine Seitenlage wie Bandseiten. Ja. So ein bisschen. Ja. Ja. Er hat aber auch diese Triple. Nein, hat sie nicht. Ja. 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 Ja, aber im Diskans nicht. Die Seiten sind auch nicht doll. Aber von der Grundtendenz... Das ist ein Schnäppsch oder was? 899. Na ja, 1012 kostet die, glaube ich, normal. 1012. Okay, nochmal eine Slagrima. 1012. Okay, die Scheiße. Dann greift es sich auch ganz schön ein bisschen. Dann mag es mir noch nicht mal Spaß, Gitarre zu spielen auf dem Ding. Ja, schade. Schönes Finish. Davon hast du jetzt so viel versprochen für die Gitarre. Ja. Die hatte ich so... Die hat mir tagelang von erzählt. Ja, ja. Schade. Und das mit diesem Latish? 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 Latish. Hast du schon nachgefragt? Nein, kannst du ja im Internet gucken, welche sie im Programm haben. Die haben sie gar ein bisschen so teuer. Ja. Okay. Okay. Das beginnt ja wahrscheinlich mal bis 25 oder 23. Ja, das war 23 oder 28 oder 29. Können wir das dann da herlegen? Ja, total Dinger, wenn du Dinger verkaufst. Dein Letztes zu verkaufen, geht gegen Null. Dann auf Bestellung? Ja, okay, dann lasst du das dann. Kannst du auch selbst machen, dann. Okay. Dann kaufst du es euch bei einem Kaffee. Enttäuschend. Wenn wir da selbst im Stuhl hochkommen, dann können wir uns auch die nächste holen. Ja, dann sind wir halt nur wieder zurückgekommen. Unentspannt. Die fällt sich auch so an. Ja, nur nach oben. Da ist es. Wie hast du es, nimm. Wie so eine Algebra. Also 900 Euro habe ich ein bisschen mehr erwartet. Die Hanika setzt halt schon die Messlatte ganz schön nach oben. Ja, ja. Ja. Die anderen kommen nicht so schnell da hoch. Du kannst dann nur über das Finish und jemand, der ein schlechtes Ohr hat, dran kommen, dass du da wirklich so eine holst. Ja. Also klar, vom Finish ist sie toll. Ja. Ja. Das ist ein Au-Van-Col-Baddy. Das ist eine Unterart von Mahagoni. Eigentlich kein richtiges Mahagoni. Und ja, die Decke ist... Ich finde es jetzt auch nicht schön, muss ich sagen. Nö, es ist gewöhnlich. Nö, es ist nicht. Ich mag auch nicht, wenn das so gelb lackiert ist. Jetzt ist es doch. Genau, was finde ich. Weißt du, Natur ist Natur. Und die haben dann noch so einen Gelbstoff drin im Klarlack. Und das ist eine Fichtendecke, ne? Das muss ich mir vorstellen. Eine Gelbfisch. Honigfarben nennt man das. Honigfarben. Typisch spanisch. Manchmal nicht. Das da sieht interessant aus. Typisch spanisch. Aber da ist jetzt auch nichts. Das könnte aufgeklebt sein. Weißt du was? Ja, ja, das sieht so aus. Das sieht aus, als wäre das gar kein rausgefräßtes Teil. Ja. Das sieht aufgepappt aus. Ja. Also ganz ehrlich. Und dann gehst du mal zur Hanika. Da machen sich echt... 800 Euro nebendran. Die? Ja. Okay. Wie geht das? Man kann die auch hier hinstellen, oder? Ja genau, ich stelle sie mal da hin. Genau, da hast du. Das ist ein Ämchen. La Mancha. La Mancha. Ist das auch so eine... Chineser? Echt? Ja, das ist ja schade. Schau mal an. Ja gut, das sollte nicht... Play of Lovets. Das sind eher so die Ami-Sprüche. Ja. Ja, das sind's. Play of Lovets. Schön gemacht mit diesem Fischkrettenmuster. Das sieht richtig edel aus. Deswegen hab ich auch gedacht. Aber jetzt guck mal, was Hanika macht. Hanika macht selbst bei den niedrigsten Weislager eben Holzgriffbretter. Das ist ein Unterschied zu einem Palisandergriffbretter. Und das ist jetzt nämlich nur Palisander. Ja. Wollen wir mal hören, wie 800 klingen. Das ist ja. Der Hals ist sehr flach. Relativ dünn. Das ist ja bei Plastikmechanikhebel. Das ist die Grundschulemechanik. Die Mechaniken, die sind von der Jung, das ist ein taiwanesischer Mechanikenhersteller. Kann der was? Bin ich übel fürs Geld. Die kostet ungefähr 40 Euro die Mechanik. Da würd ich mir aber auch lieber eine Hoopner kaufen. Eine Hoopner. Na? Und das passt sehr gut. Das ist aber die A-Saite. Das sind aber schon fast, ne? Die E-Saite, die Dicke. Das ist aber schon viel besser als die anderen, oder? Auf jeden Fall der Wunsch. Wir werden hier und bauen über den Schmerz. Ich weiß nicht, ja. Wie die Angenieur. Das gehört sich besser an als die Alhambra. Das ist eine gute Gitarre. Scheiße. Scheiße, hätten wir nicht geglaubt, ne? Ne. Lamancha. Finde ich, das ist ja zwar nicht so übermäßig gut, aber es ist schick, genau. Schick, ne? Für das Geld eine gute Gitarre. Also wenn ich mich zwischen den Deutschen möchte, dann möchte ich mich für die Deutschen. Ja. An sich. An sich, klar. Sieht so gut aus. Sieht toll, aber sehr gut. Du siehst aber hier ist zum Beispiel auch eine einfache Fichtendecke drauf. Also maximal bestenfalls eine Dreiersortierung. Siehst du schon? Sieht sehr ungleichmäßig. Ja. Und zweit auseinander auch. Ja. Schlecken drin. Ja. Mindere Qualität. Mindere Qualität, ja. Aber der Klang ist toll. Kann ich nicht anders sagen. Entschuldigung, da haben wir jetzt noch neue Saiten drauf gemacht. Und ein Doppelknüpfsteg. Das hast du auch nur in den höheren Preislagen. Das haben die Hanikas noch nicht in der Preislage. Mhm. Amatista, Konzertgitarre. Normale, unverbindliche Preisempfehlung 1059. Ehrlich? Ja. Für 1059 finde ich sie dann nicht mehr so gut. Nee. Aber für 800 ist es okay. Dann machen wir die Höhe. Da haben wir noch einen Platz bei. Welche? Die 2600. Die da? Die um die Ecke. Die schöne mit dem Kaum. Soll ich dich halten. Ja. Oder bist du größer als dein Vater? Ja, Juni ist größer. Ja, ich muss sehr nah dran stellen. Wir halten dich auch. Oh, die hat einen flachen Body. Oh, da kommt mir das mal so vor. Gucken wir mal. Die ist genau, die da meint. Ich guck, die ist so abgeschrägt. Die ist abgewickelt. Die ist abgewickelt. Die kostet 2.000 Euro. Für 2.000 Euro angeboten. Das ist die HM 90 alle Monde. Oh. Die sieht aber auch schön aus. Das ist immer eine geile Gitarre. Guck mal hier. Mit Pelmut. Einladung. Aber guck dir die Decke an. Ist jetzt auch nicht so feinjährig wie bei einer Hanniga. Das sieht schon gut aus. Ja. Du siehst, die steht schon eine Zeit lang. Die steht schon, ja. Ja. Geht noch da oben. Geht noch da oben. Der Kopf ist jetzt noch zu meins. Aber gut. Die kann sich ja noch gut anhören, ne? Oh, was ist ein fieser Fieser. Hast noch. Das ist so ärgerlich, ne? Das ist wie so ein Auto schon im Start. Aber dann weißt du immer, dass es deine Gitarre ist. Ja, nur deine Gitarre hat diesen Makel. Deine hat's wieder. Hals ist schön. Fass mal an. Oh. Das ist schön. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist glatt, aber trotzdem mit Griff. Der quietscht nämlich da nicht beim Greifen. Meiner hat dir lackierten Halse quietscht immer ein bisschen. Manche gehen hin und machen das mit 800er Nassschleifpapier. Machen die die hinten glatt und dann hast du den gleichen Effekt. Echt? Ja, ja. Und dann machst du Öl drauf und dann rutscht das genauso. Die meisten lackierten Halse machen die so. Von hier unten, ja? Bis hier oben. Ja, damit du schön rutschen kannst. Nicht immer hängen bleibst du mit dem Daumen. Mhm. Das habe ich schon gesehen in Workshops auf YouTube. Scheiße, die sind scheiße. Die kleben natürlich. Seit 2005 mit allen Gitarren. Lass, ich hab das mal. Ich hab das mal. Wir machen die Mechan. Stimmt. Du hast recht, das Spiel. Das darf nicht sein. Das kann jede Woche für 30 Euro sein. Nein, guck mal, was ein Spiel. Das ist ja wie... Ganz übel. Ich glaub, deswegen ist das ja auch so günstig. Die kriegen die niemals los. Für 2000 auch nicht. Nee. Für 1000 krieg ich das ja nicht mehr. Nein, gut. Okay, gut. Kann sich aber trotzdem noch gut anhören. Ich geb die Hoffnung drauf. Mit Uralt-Saiten, okay. Das sieht aus wie eine Double-Toll. Ach nee, das ist eine Einlage dringend. Ja. Okay. So, dann probier's mal. Oh ja. Laut. Laut. Du hast du schon mal. Ja. Ich glaube, ich hab das auch einen schwer. Du hast du auch einen sobaal. Du hast du auch einen sobaal. Du hast du auch einen sobaal. Du hast du schon mal. also präziser klang aber da fehlt noch was mir ist die ein bisschen zu lächeln vom ton ja das schon ja der fehlt dieser warme klein die klingt erbarmungslos deutsch genau irgendwie ja aber das ist so lieblos finde ich ja das finde ich aber gut genau so machen wir vielleicht ist er dann nicht mehr so blächer da würde ich mal ein paar duke drauf machen dass man es wie weich die werden direkt laut laut 500 euro und 999 richtig dann ja ehrlich weil für eins also für zwei na ja haben schon mal lieber also die haben es nicht seit gestern dahin gewesen sein meine fingernägel sind ja ich glaube mir das ist das holz geht das ist holz ja okay also das ist ja echt schlimm geld für das geld wobei ich die form recht schön finde vorne schmal und hinten also ich stehe auf so kleine gemix ja genau da wurde es an der brust liegen hast dass du einfach näher dran bist und auch dieses das ist ja schön gemacht stimmt gewölbter korpus das macht mehr arbeit ohne frage aber so viel weniger schützahlen hergestellt das heißt also prinzipiell würde ich nicht kaufen da die hanniker das wäre jetzt auch so der preis leistungsmäßig wäre das einer meiner favoriten wenn ich 800 euro hätte und würde sagen okay mir ist egal was für näherkunftsland ich habe dann würde ich die die la mancha nehmen die auf keinen fall die prinzipiell überhaupt nicht ja und wobei dürfen wir noch mal ganz kurze test machen mit der 280 euro ich war jetzt immer wir waren ja in der sehr hohen preis range davon abgesehen dass er hier da kannst du weiß nicht ob man das sieht die seitenlage ist so hoch dann kannst du daumen oder ok tschuldigung und der hals ist auch schief der hat nämlich hier eine telle das licht oder der kommt nach vorne das ist ja genau das ist ja ok sehen wir das gleiche zu 200 500 ne aber ach so das sind keine keine stäbchen die danach ziehen kannst du kannst den hals gar nicht richten ok dann ist es für ein arsch kannst du nur bei der firma das sei es sei es aus spanien die machen halsstäbe rein die kannst du oben und nach genau so wie bei der e-gitarre also jetzt auch nicht so komplett verkehrt nein aber für das geld auch wieder nicht ja also mit einem geraden hals schon aber so macht mich überrascht hat jetzt zum beispiel ist die schwarze jamaa die war ja fertig kann ordentlich also ich finde es ist ja auch gar nicht verarbeitet genau ich denke mal das sind zwei dritten drittklassige hülse ja ja linde und genau genau weil die lackierung der macht ja alles wieder wird das ist schon besser komisch gell ist noch leise 161 normalerweise UVB aber die wackeln wenigstens nicht die mechaniken oder? das sind 5 euro mechaniken ja klar ist ok ja klar ist nichts weltbewegendes das ist jemanden der keinen plan hat genau da ist die schon mal da ist die schon mal besser als eine 400 euro äh was haben wir denn hier noch? hat das eine Maschine oder? sold natura pro natura ach die kommen irgendwo aus Osteuropa als österreich und ne Quatsch aber ne die kommen irgendwo aus die Bronze Serie die werden von Diva ich habe mal einen Koffer da hergestellt in China machen das in China? ja ok Loa China mit Drehdrehen nichts passiert oh die hat eine lange Übersetzung mit Spiele ja und einen ganz dicken Hals ja hatten wir schon gesehen fett fett naja gut so ein einfaches einfaches Holz und dann macht man den Hals dicker damit er sich nicht verzieht naja gut gewusst wie raumvoll das ist ja echt scheiße boah das ist ja irgendwie eine Kaufhochgitarre ja gibt es Kaufhochgitarre gibt es Kaufhochgitarre und weißt du auch warum er sagt man sollte jemanden mitnehmen der Ahnung hat beim beim Instrument kaufen jetzt weißt du es ja ja weil du als Anfänger gar kein Sogehör hast du hast keine hier das ist noch eine Ahoja 99 Euro was 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 ne Fender ne Fender 990 Euro was ne Fender für 990 da kriegst du dann nicht mal ein Bund steht ja made in China achso und schwer wie Blei ist schon verrückt der ist wahrscheinlich noch sehr saft ja ja der ist Plastik 100% da musst du aufpassen und wenn du einen dicke Zahnstocher hast kannst du ihn als Ersatz nehmen oh das ist ne schwere Italie die ist wahrscheinlich nass ohne Ende naja die ist noch was feuchteu sein lassen das ist der Ukrainer ja genau das verzieht sich immer noch und du gleich mit mhm genau wechseln dritter Arm genau noch einen Daumen und noch einen Daumen kannst du besser festhalten aber ein schmaler Hals hat sie gell ja da hält jemand da drin den Ton fest das sind die Gizmos oder? die kleinen Scheißer wahrscheinlich haben wir auch in die Gitarre geschissen und da mein so einen tollen Namen drauf zu kleben also Fende hat es ja echt eigentlich nicht nötig für 99 Euro eine Gitarre zu verkaufen oder? das ist sowas von grottenschlecht ist das vielleicht Kirschholz? Kirsche es ist laminiert es ist noch nicht mal funiert das ist laminiert das machen sie nämlich heutzutage früher gab es das gar nicht hat man dann im billigsten Falle funiert heute wird dann einfach nur eine Folie drüber gezogen der Hals stimmt die sieht auch billig aus ja also hier hinten du hast recht das ist eine Folie da hast du kein Übergang nicht das ist einfach schon drauf das ziehen die einfach so da drüber so ja und dann auch weiter geht's ja okay das ist ja okay der ist angeklebt hier da unten also das ist nicht so das dolle Teil nee dann lieber 20 Euro mehr eine Yamaha oder 50 Euro mehr und dann haben wir es wieder in der Marke ja guck Fender 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 guck da haben wir es wollen wir jetzt nochmal den E-Gitarren kommen? ja gerne deswegen bist du ja da ja aber ich werde die nicht Probe spielen so dann verabschieden wir uns heute im Namen ja bis denne das mal das mal das mal